Da kommt die Musikunterhaltung. Es wird lustig sein. Tuesday night skating in Frankfurt. Musik Bevor es richtig losgeht. Musik Musik Heute ist Dienstag. Und wenn es Dienstag ist, heißt es Tuesday Night Skating Frankfurt. Ich bin gerade in Österreich, aber ich fahre nach der Wanderung direkt nach Frankfurt, um an dem Tuesday Night Skating teilzunehmen. Bisher habe ich immer teilgenommen, wenn ich es konnte, an dem Münchner Blade Night. Und jetzt würde ich es vergleichen mit dem Tuesday Night Skating in Frankfurt. Musik 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 Das ist also meine volle Ausrüstung. Tuesday night skating in Frankfurt. Ready to go! Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich drauf. Über 30 Grad heute Abend. Wie geil ist das? Lautsprecher, K2, Kameras, ready to go! Ich freue mich drauf. Musik 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 Das war's für heute.